Was geht YouTube und herzlich willkommen. Wir machen heute endlich eine Runde Shotgun. Hier auf Nuketown ist angesagt, ich habe eine TDM Lobby gefunden, die guckt euch mal mein Team an. Das ist ja ein Traum. Das Gegner-Team ist natürlich auch lecker, aber nicht perfekt, aber auch sehr lecker. Also man muss schon sagen, ich habe eine sehr leckere TDM Lobby gefunden. Und ich habe einfach gedacht, komm scheiß drauf, wir packen jetzt mal aus Spaß die Shotgun aus und gucken, was damit so geht. Einfach mal gucken. Wie euch beiden nehme ich auf jeden Fall mit. Oh mein Gott, das war schon mal richtig stabil, Digga. Geil, O-Matico. Okay, da kommen die Nächsten. Ich muss auf jeden Fall hier ins Haus gehen. Ist da noch ein Dude? Ist hier noch irgendeiner? Ne. Mein Gott, ich habe ja gar keinen Respekt vor denen. Oh mein Gott. Geiler Start, Digga. Richtig stabiler Start, Mann. Komm, ist hier hinten noch einer, oder? Richtig hier mit der Shotgun unterwegs mache ich eigentlich nie ein COD. Komm. Oh nein, jetzt war es das. Hinter mir oder vor mir? Okay, den haben wir auch. Den haben wir auch. Oh mein Gott, Leute, was geht ab? Blitzschlag. Oh mein Gott, was? Ihr habt selber gesehen, dass das nicht gehittet hat. Ah, ekelhaft, Mann. Okay, Blitzschlag kommt. Aber was für ein Start in diese Runde, Leute. Ich wusste, der Blitzschlag wird scheppern. Okay, der ist aber... Das ist ja so scheppert, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Wieso habe ich so viel Schaden gekriegt? Muss ich jetzt auch nicht verstehen, oder? Ja, egal. So, let's go. Direkt weiter. Du kriegst einen C4. Kriegst Shotgun. Dafür, dass du mich eben geholt hast. Ich habe auch richtig Bock auf eine Runde... Mann, ich habe richtig Bock auf eine Runde KSG, Alter. KSG habe ich richtig unheimlich Lust. So, hieß noch einer? Ich frage es nur, wo ist der? Okay, ihr habt gehört, dass der Schuss abgefeuert wurde. Okay, ist der hier oder ist der oben? Das Ding ist, mein Team wird eigentlich getrapped. Ich mache gerade eigentlich einfach alle Kills. Ich muss nur rüberkommen irgendwie. Oh nein, nein, schnell, schnell. Guck mal, wie der Typ um die Ecke schießt. Legende ist das. So, jetzt muss ich auffassen, dass hier oben wieder eine S-Mine ist. Ui. Oh mein Gott, Leute, das ist so eine geile Lobby. Das macht so Spaß, Alter. Ich traue mich einfach auch richtig rein zu rushen. Das war so ein Quickscope. Ist hier oben noch einer? Safe. So, jetzt haben wir es mal. Komm her, Bruder. Okay, nice. Ah, er hat auch Shotgun jetzt ausgepackt, Mann. Ah, 23,5. Die werden ja komplett gelasert. Das war wirklich ein Kill, ich glaube es nicht. Okay, die kommen jetzt gleich von hier. Schön weit genug oben im Körper getroffen. Ja, den kriege ich mal leider nicht. Mann, jedes Mal. Teammate löst es sogar aus, Digga. Ich kann nicht reagieren darauf. Mann. Oh, die Runde ist von Perfekt jetzt zu gut geworden. Ui. Ist hier oben noch einer drauf? Oder hier hinter mir ist bestimmt einer. Wo ist denn der Dude hier? Boah, das ist auch alles ein Schuss hier, was ich hier austeile, Mann. Ich freue mich auch so auf KSG, wie gesagt. Come on. Ich weiß nicht, ob ich die ganze Folge jetzt unbedingt Shotgun machen werde. Aber diese Nuketown-Runde, die kann ich mir auf jeden Fall nicht nehmen lassen. Uiuiui. Als ob ich das überlebt habe. What? Was? Ich lebe immer noch. Ey, wie lange ich überlebt habe, Mann. Oh, scheiße, Digga. Der Anfang war so perfekt von der Runde, Mann. Ich kriege auf jeden Fall noch einen 10. Tod rein. Ich würde sagen, du holst mich nicht. Guck mal, wie es ihn nicht juckt. Okay, komm mal. Drohne. Oben ist einer. Oh mein Gott. Nein. Von oben. Boah, Leute, das ist schon eine geile Szene. Guck mal hier, wie schlecht mein Team ist. Ich habe es ja gesagt, mein Team ist schlecht, aber die übertreiben ja mit schlecht sein. Schnell. Ich wusste es. Okay, kurz hier chillen. Wir wollen ja den Sieg auf jeden Fall haben. Let's go. Guck mal, 37 Kills, Alter, von 75. Genau die Hälfte der Kills einfach nur mit Shotgun. Das war auf jeden Fall eine richtig geile. Guck mal, wie gut das einfach ist. Ich habe so eine Shotgun in meinem Emblem drin. Hallo. Ja, ein Tod weniger wäre natürlich lecker gewesen, aber passt schon. Hätte ich gegen mein Team gespielt. Ach du heilige Scheiße. Hoffentlich kommt nochmal Nuketown. Ich habe richtig Bock. Okay, Level 22 haben wir erreicht. Habe ich irgendwas dadurch freigeschaltet? Müssen wir mal gucken. Habe ich jetzt dieses extra... Ah, Primärwaffe. Genau, okay. Das heißt, wir können jetzt... Die Klasse hier kopieren wir mal. Kopieren. So, und jetzt können wir uns nämlich einpacken. Die LSAT mit Primärwaffe. Da kommt hier das weg. Und dann können wir hier drauf machen. So. Ich muss jetzt in meiner richtigen Reihenfolge haben. Genau so. Hm. Okay, Nuketown. Neun Leute wollen Nuketown spielen. Na, dann wird das wohl passieren. Wisst ihr, was das Ding ist? In der Shotgun-Klasse hat man vorher gemerkt, dass Hardliner fehlt. Sonst hätte ich auch die Streaks viel öfter gehabt. Und wir packen uns natürlich hier auf Cello-Basis mal die Diamanten ein. Bin weg, okay? Okay, bis später. Liebe, ciao. Oh, und du nimmst den Hund nicht mit, ne? Okay. Oh, das Gegnerteam, ja. Das nehmen wir so. Das ist gebombt. Das ist auf jeden Fall gebombt. Okay. Nochmal eine Runde Shotgun. Was würdet ihr sagen, Freunde? Auf jeden Fall, oder? Auf ganz entspannter Basis. Oder eine Runde LSAT. Ne, komm, wir machen nochmal eine Runde Shotgun. Das hat einfach gerade Bock gemacht. Das hat einfach zu hart Bock gemacht, gerade. Ich war so der Letzte, der Shotgun gespielt hat früher. Ich hab's so gehasst. Come on. Okay, let's go. Let's go. Wieso nur einer von beiden darin? Nein! Oh mein Gott! Das ist der Einzige, der mich da töten kann in diesem Moment. Was? Okay. Okay. Oh, sehr Dank war das. Zwei Hitmark auf entspannter Basis. So lobe ich mir das. Und weg hier. Und hinterher. Oh mein Gott, das ist so geil, Digga. Das sind solche Bots einfach. Ja, man. Let's go. Das macht so Spaß, Alter. Guck mal, wie ich mein Team auch camp. Moment, ich kann so alleine vorlaufen. Oh, das ist das Einzige, wenn man mal verkackt, wenn die Shotgun den One-Hit-Kill nicht schafft. Stellt euch mal vor, ich weiß nicht, wer von euch die Spaß-12 noch kennt aus MW2, aber das war so die krankste Waffe überhaupt. Nice. Erstmal, ich würde sagen, entspannt aufgeräumt. Guck mal, wie mein Team nicht rauskommt. Was ist das? Was habe ich für ein Team? Habt ihr den hier? Ist der down? Der ist immer noch da. Nee. Boah, man, ich bräuchte hier irgendeine Waffe, um hier richtig durchzupreschen. Preschen wahrscheinlich. Okay, come on. Noch einer? Hier muss ich hin. Genau, hier muss ich hin. Nein! Oh mein Gott, ich wusste. Okay, Blitzschlag erstmal. Okay, der war schlecht. Egal. Erstmal gibt's da oben zwei. Oh mein Gott, ich hab's überlebt. Ist doch ein Gegner, oder? Oh, Mann. Der außen ist einer. Mein Team wird die ganze Zeit getrappt. Hey, es war noch, als ob es nicht beide waren. Okay. Schnell so laufen und so. Und jetzt können wir... Okay, der Händler ist ja gerade gespawnt. Komm her. Die sind alle hier. Nein! Ach, 18, 6 schon wieder, Mann. 18 von 42 Kills. Ey, das macht... Ich hoffe, das macht auch Spaß anzuschauen, weil zu spielen macht's gerade ultra Bock. Ich hab da immer nur ein Ziel 4 pro Leben. Mann, ich muss rüberkommen. Mein Team wird so getrappt. Wenn ich hier Elsat gespielt hätte, ich wollte nicht wissen, wie viele Kills ich hier machen könnte. Loll, wieso war das nicht mein Kill? Beide down. Ich weiß nie, ob es mit Zielen oder ohne Zielen besser ist. Also ich kann es die ganze Zeit nicht einschätzen. Okay. Also ein Spawnflip? Nein! Ey, ich wusste, ich hab's gesehen. Okay, come on. Die letzten... Ich zeig euch jetzt, dass man jetzt einfach mit Elsat gar nicht stirbt in der Lobby. Come on. Mein Elsat-Aim ist so schlecht, Digga. Ich check nicht warum. Ja, okay. Das war jetzt ein und zu viel. Ey, das ist so eine geile Lobby. Das macht so Spaß, Alter. Ohne Scheiß. Das macht so heftig Spaß. Ja, okay. 24,9. Jetzt hab ich halt auch zwei Teammates gehabt, die wenigstens ein bisschen was gemacht haben. Boah, was für eine geile Lobby ist das bitte. Ohne Scheiß jetzt. Ah, hier die Legende. Variabler so. Und der Typ läuft natürlich wirklich perfekt rein, Alter. Na ja, ich würd sagen, entspannt. Level 23. Bin ich Level hochgegangen gerade? Weiß ich gar nicht. Oder war ich davor Level 23 schon? Ja, Level 23, okay. Team Deathmatch Master. Okay, Meltdown. Okay. Also ich würd sagen, die Lobby, die müssen auf jeden Fall noch ein bisschen spielen. Aber machen wir's mal so. Und wir brauchen auf jeden Fall... Hardliner. Oder ich nehme... Komm, scheiß mal aufs C4. Das bringt eh nicht viel. Dann packen wir leicht. Das ist eigentlich eine nice Klasse, Mann. Ja, Mann. Die ist geil. Als ob die nicht Meltdown wollen. Okay. Ich hab mir grad schon richtig Meltdown vorgestellt. Aber in Bo2 gibt's eigentlich wenig Maps, die scheiße sind. In der Lobby würde ich alles spielen. Alter, die erste Runde mit der Top Gun war ja gerade wohl zu lecker. Zu lecker. Wir können dann auch... Oh, Overflow, okay. Können wir auch auf jeden Fall demnächst mal snipen. Ich hab ja auch alle Aufsätze. Das ist ganz chillig. Ja. Overflow. Ich weiß nicht, ob Elsat so die Overflow-Waffe ist, aber egal. Starte. Auf jeden Fall ne schöne Lobby. Die macht mir Spaß. Die gefällt mir gut. Die tut mir gut, Freunde. Auf ganz entspannter Basis. Ich hoffe, das Roto Commander, wie gesagt, gefällt euch und ich hoffe, ihr habt euren Spaß. Ich hoffe, ihr habt so ein Ritual, wann ihr das immer schaut. Zum Beispiel abends zum ins Bett gehen oder morgens im Bus oder keine Ahnung. Oder abends im Bordell. Man weiß ja nicht, wo ihr euch so rumtreibt, Freunde. Das ist ja immer so eine Frage. Okay. Let's go. Fünf. Früher musste man auch synchronisieren, Alter. Leute, YouTube war früher so schwer. Jetzt ist es so einfach. Okay. So, wir gehen mit der Elsat. Und zwar bis hier. Ne, ne, eins weiter noch. Bis hier. Love it. You have to love it. You have to love it. It's so delicious. Okay. So delicious. UAV. Counter UAV. So, das laden wir mal ganz entspannt nach. Immer keine Zweitwaffe. Hier kommt direkt einer. Warte. Ist der noch am Leben? Oder habt ihr den? Ah, der ist ein ganz freier Kill. Okay, der ist gerade sehr belastend. Da machen wir was anders. Sonst kommen wir hier nicht weit. Sonst müssen wir hier pre-aim. Komm, lass mich hier schnell durch. Okay, nice. Das war ein nicer Orbi. Ein cleaner Orbi. Ein schöner Cleaner Orbi. Ist der Typ down? Okay. Das war wirklich schön gerade. Das war am Stück weggehauen. Alles. So, wie das sein muss. Mann. Geier-mäßig. Nicht meine Kills. Okay. Ich krieg gar keine Kills ab, Mann. Ich muss voll reinspringen jetzt. Dreh du dich mal nicht um, bitte. Okay, come on. Nice. Das war gut, dass ich die drei bekommen habe. So, gehen wir jetzt hier lang. Wir gehen hier lang, ja. Entspannter Typ. Drohne-Kontadrohne ist da. So, jetzt kommen die. Willst du den nächsten Orbi freischalten? Wahrscheinlich freischalten, oder? Okay, ich muss aufpassen. Okay, eigentlich muss ich nicht aufpassen. Eigentlich muss ich nur hier rein, hoffen, dass mir keiner entgegenkommt. Okay, wie viele noch? Einer noch, okay. Nein, mit Shotgun 19-0, Mann. Ja, hätte nur klar werden können. Schade. Ich hätte einfach... Ich musste halt was machen und ich dachte, der Typ liegt da irgendwie, warum auch immer. Und deswegen bin ich jetzt gestorben. Mann, komm doch. Ja, er ist der beste, Smoke. Smoke ist der beste. Aber das ist auf jeden Fall Gameplay-technisch bisher, glaube ich, eines der schönsten Episoden. Über die schönste. Der mit der Shotgun hier, der Ehrenmann. Das ist wieder derselbe Typ wie letzte Runde, der wahrscheinlich nur wegen mir die Shotgun überhaupt ausgepackt hat. Aber ich habe es ja auch verdient, klar. Okay, nice. Let's go. Auf wen schießt du, Digga? Okay, geh mal hier lang. Okay, da kommt mir einer entgegen. Wahrscheinlich hat der Team mit ihm gekriegt, oder? Mit das... Na, egal. Binde zur Drohne nähert sich. Komm. Ne, wer ist mal den hier? Hä, wo ist der? Okay, der ist hier unten lang gelaufen. Wo bist du? Ja, mein LSAT-Aim ist irgendwie nicht ganz optimal. Ich weiß auch nicht. Gib mal hier das. Alter, das ist ja eine Waffe hier. Das ist auch gut. Scorpion Evo schnell mit Zielsuche auf ganz entspann. Das habe ich jetzt für eine Waffenkombination hier. Alter. Gib mir lieber die hier. Ei, ei, ei. Okay, die kommt da raus. Was ist hier drin? Nein. Hä, wo seid ihr? Okay. Okay. Er ist in der Ecke und schämt sich, Freunde. Also mit der MMS Remington habe ich jetzt auch noch nicht so viel Erfahrung. Aber es reicht. Okay, Orbi. Ja, ich hätte hier so easy die Nuke geschafft. Lull. Er ist so perfekt reingelaufen. Mann, die Runde wäre so geil gewesen. Nur dieser Typ hat es mir versaut. Lull. Guck mal, das war... Wie frech habe ich den abgestaubt, bitte, Freunde. Oh mein Gott. Hm. Ich würde sagen, ganz entspannt. Mein Kill verdient mein Kill, oder? Ich würde auch sagen, Freunde. Ja, das war eine richtig geile Session hier. Richtig gute Folge, gut Levels gemacht und so. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und bis dahin. Wir können mal gucken, was wir freigeschaltet haben noch schnell. Also die Lobby war auf jeden Fall lecker, Mann. Okay, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.